Es knistert schon, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Anpfiff hier ertönt. Die Spieler müssten eigentlich jeden Moment aus den Kabinen. So jagt man heute den Ball. Versucht da durch, er schießt. Phänomene. Versucht die Gasse zu finden. Gefährlich. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball. Mauro Icardi. Budisic. Und über die Seite. Und der Ball kommt durch. Die Tür ist speerangelweit offen. Er versucht's. Weltklasse. What? Versucht die Gasse zu finden. Der ist schön durchgekommen. Und er schießt. Versucht die Gasse zu finden. Und bitte. Gradel. Steht im Abseits. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Das könnte was werden. Er trifft. Wenn's geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Versucht den Pass da. Er zieht durch. Und der ist drin. Er ist nun mal. Du brauchst hier wirklich starke Nerven. Aber halten die Nerven auch die letzten. Jetzt der Abschluss. Das ist fast eine 1 zu 1 Kopie von vorhin. Sie hätten hier doch längst den Sack zumachen können. Aber sie lassen einfach zu viele Chancen liegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017